Leute, heute spielen wir ein neues Spiel, und zwar Soccer Stars. Ich werde hier, glaube ich, mal gucken, so vielleicht um 25 spielen, ja, also um 50. Okay, okay, mal gucken, ja, geht gut aus. Ich mache mal so einen kleinen Teil da, so ein kleines Stück, so ein klein. Okay, mal gucken, wie schlecht sie ist, okay, sie ist mega schlecht. So ein Schlauch, ein bisschen langweilig. Nice, scheiße. Alter, was ist das für ein Opfer? Oh, seht ihr das? Jetzt mache ich mich auch zum Opfer. Wegen dem Opfer. So, ich mache jetzt nicht, nein, ich mache keinen Tor. Ich versuche es. Was ist das für ein Opfer? All das kalt, was war's? Ich hau jetzt einfach alle, alle Spieler von hier da rein. Da fliegen sie raus, ja. End aus, hier hat sich schon ein Tor gemacht mit dem Linken. Alter. Danke fürs Tor. Bitte, 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 bitte. Ja, danke fürs Tor. Nochmal schön bedanken, danke. Welchen Land kommt sie? Dank euch. Okay, trotzdem bist du schlecht. Jetzt mache ich die Mandy Taktik. Jetzt mache ich die Mandy Taktik. Wie schön das ist für die behinderte Taktik, wieso mache ich sie noch? Kuttgart, der ganz vorne auch noch als Torhüter. Jetzt kommt, die tut den ganz vorne auch noch als Torhüter. Du, 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 das Profil wird von Nihan und die wird jetzt schon kotzen, wie ich. Damit ist jetzt ein Torversuch, oder was? Ach, dass ist alles meine Summete? Okay, wenn sie jetzt kein Tor macht, dann ist sie gaga. Ja, Leute, das wird heute ein Verlierer-Video. Was? Habt ihr das gesehen? Okay, ich werde hier mehrere Spiele spielen. Oh mein Gott. Wirklich, oh mein Gott. Oh mein Gott, Peter. Ja, ich werde noch ein Spiel spielen, natürlich. Warte, erstmal kurz gucken. Mal gucken. Hey, mal was man so kaufen kann. Ich muss mal gucken, wie macht meine Sammlung. Okay, hab ich leider nicht. Was ist denn immer noch so ein Fünf-Zugast-Gel? Ich hoffe, ihr hört mich. Bei einem anderen Video habt ihr mich nicht gehört, wenn ich so eine Musik weiß, so laut gemacht habe. Was? Das bin da im Moment immer. Gues. 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 Cut-S. Da muss ich reingehen. Leute, der muss. Was? Wieso habe ich so hart gemacht? Okay Leute, das war jetzt aber wirklich. Guck mal zu. Ok Leute, das wird mal ein geiles Spiel, endlich. Ok, wir spielen dann vielleicht nach dem Schluss, spielen wir noch ein Spiel. Da wird reingewettet, wenn er den jetzt nicht reinmacht, dann ist das einfach dörde. Ich sag nichts mehr, tschau. Wir lenden sich das Video nicht, tschau. Ja, zwei Tore haben seine Spieler gemacht. Hm, geil. Ach, geht das jetzt. Hm, das war's. Ok. Gleich heute spiel ich nochmal ein anderes Spiel. Das wird dann vielleicht so um vier, fünf Uhr rauskommen. Spiel ich dann mit meinem Freund. Ok. Ok. Also nach dem Spiel beende ich das Video. Ok. So bestimmt könnte es nicht sein. Soll das wir jetzt machen. Nein. Bleib mal ein bisschen ruhiger, bitte! Mach doch gerade ein Video, Schlauberger. Ich hab's doch gesagt, ich mach ein Video! Mach mal die Tür zu. Danke. Kennt ihr das, wenn euer Gegenspieler seinen eigenen Spieler in euer Tor tut und dann hätte er ein Tor geschossen, aber sein eigener Spieler blockt ihn. Boah ey, das war so krass einmal. Bestimmt auch ein Spiel. Wir spielen ja nur mit Bande. Ok, der muss reingehen. Eigentlich geht der rein, er muss nur in meinen Spieler. Ich sag gar nichts mehr. Ich mach' ein paar Spieler in meinem Tor. Ja siehste, er hätte fast ein Tor gemacht und sein eigener Spieler blockt den. Oh mein Gott. Das ist so krass. Vielleicht kann das Game hier noch lange dauern. Da wird reingehen. Ich mach' jetzt ab jetzt immer die Mandy Taktik. Ja Mann ey, ich bin so dumm für die Mandy Taktik. Oder die Mandy Taktik ist dumm. noch mal ein Jahrhund. Na dann? Oh lecker! Ich mach' das, ich mach' das okay. Und jetzt ist das auch besser. Wir sind, der macht ihn doch nicht. Ich kann das sicher sein wie ich verlieren. Scheiße, bitte 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 nicht. in der Bedeutung der Bedeutung ist der Bedeutung der Bedeutung in seiner eigenen Spielerbloggen Kürzen von Flüssen Nein, scheiße! Nein, scheiße! Ja, fuck, ey. Ich will doch eh ein Tor machen. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Das müsste ein Tor... So. Mann, ey, ich schwöre, das riecht mich auch. Go, go, go! Ja, komm, jetzt mach doch eh ein Tor. Oh, lo! Kacke, Leute! Na, schade. Ja, dann würde ich mal sagen, lasst ein Abo da, einen Daumen hoch und würde ich mal sagen, tschau!